Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Haven. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben und da vorne ist ein komisches weißes Etwas mit Flügeln. Wir werden es uns mal angucken. Bin gespannt was es ist. Bisschen aus wie so ein Pegasus. Das war definitiv eine Heliga. Es kann nicht sein. Eine Heliga könnte eine indigenöse Art sein? Aber dann wie... Okay. Du hast eine Heliga gesehen. Ich habe eine Heliga gesehen. Okay. Interessant. Wir werden sehen, ob wir diese wunderbaren Zierchen noch genauer sehen werden. Da ist wieder unser Potato. Hey you. How nice that you came to visit. Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir hier aber noch irgendwas finden sollen. Da oben hier noch ein, der weg ist. Aber wahrscheinlich war das auf der anderen Seite. Da habe ich glaube ich den... einmal Ratzelpfeffer ausgelassen. Könnte möglich sein, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. So, wo bist du da? So, dies wird jetzt auf jeden Fall für diese Woche der letzte Part sein. Denn... Das hier kommt jetzt glaube ich am zweiten Weihnachtstag. Wir haben jetzt Dienstag... Samstag kommt der Part auf jeden Fall online. Ich war schon fleißig jetzt am Hochland und Rendern. Damit ich über die Feiertage nicht so viel machen muss. Was heißt... Müssen... Müssen muss ich gar nichts. Allerdings ist das Klo. Aber damit ich also meine Ruhe habe, so ein bisschen. Und... Ja. Morgen werde ich mir ja dann auch nochmal die Zeit genehmigen. Ein bisschen was zu machen. Und... Ja. Da werde ich dann für nächste Woche aufnehmen. Damit ich nächste Woche dann auch schon... Fass fertig habe. Warum funktioniert das? Komm. Machen wir den... So. This one's ready. On it. Now shoot. Yes. Okay. Müssen wir noch gucken. Hier soll er noch irgendwo, ja, los sein. Gucken, wie wir da hinkommen. In einen. So auf jeden Fall nicht. Vom letzten Mal habe ich ja hier auf der Innst abgebrochen, weil wir ja schon kurz vorm Verenden waren. Das ist auch gerade mal so ein bisschen aufpassen, dass ich aus Versehen vergesse, das Abendessen fertig zu machen. Das kann ja schon sein, dass man vorn schon unterwegs ist. Dass es ziemlich blöd wäre, ausnahmsweise mal. Weil ich immer schon gerne das Essen fertig habe, wenn er da ist. Irgendwie hoch. Aber wie. Kommen wir da hoch. Na komm, machen wir erstmal do. Warum klappt das manchmal nicht? Ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und fertig. Und fertig. Ich verstehe es nicht. Das ist gut. Das ist gut. Da geht's. Da geht's. Na los, ja. Ich muss gerade mal kurz nachgucken. Das Spiel hat er ja noch nicht. Ein gutes Team sind wir auf jeden Fall. So könnten wir da aufkommen. Ja. So. Ich meine, in die Richtung müssen wir. Oh, ne. Die andere. In die komplett andere Richtung. So hoch. Wo war jetzt dafür nochmal die Linie? Ich glaube, da hinten irgendwo. Das fand ich mir doch so ein bisschen nervig. Ich weiß, mit welchem Mann es als erstes hier muss. Hier. Der führt nur nach unten. Der hier, glaube ich. Ja. Oh Gott. Ich meine, hierher lang mussten wir. Wenn nicht, können wir immer noch zurück. Oh, ein Mann von Top. Du kennst ihn nicht. Okay. Du denkst du, dass dieser noch gut funktioniert? Das soll uns mit Arena sprechen lassen, oder? Du denkst? So, und weiter geht's. Du musst eben noch mal kurz die Wäsche anstellen. Wir befrennen dann natürlich die Insel erstmal wieder von sämtlichem Rost. Fliegen natürlich auch an einigen Sachen vorbei. Wie? Dem Ding? Ist hinten noch irgendwas? Nein. Irgendwas Neues zu essen vielleicht? Nein. Nein. Wir sind und bleiben Bobanüsse. War noch Boba? Ne, kann das Bären sein, dass diesmal? Ja. So, haben wir hier schon mal was befreit. Mit dem kleinen Stück. Jetzt kommt der andere Rost. Oh, okay. Go, go, go. You like that? Ready when you are. All set. Nice one. Sooo... Ähm... Aber du rindlachst. Wir hoffen, dass es dann funktioniert. Ja, ich verwechsel immer, dass er ja mit Tuts am besten arbeitet. War mein Duo-Schuss. Für das Bösschen bräuchten wir zwar kein Duo mehr, aber... Dann weiß er nie. Und wir haben die Insel gesäubert. Ging schnell. Gut, dann müssen wir jetzt nichts da hoch. Plötzlich. Gut, gefunden haben wir hier anscheinend auch schon alles. Ähm, okay. Damit kommen wir auf jeden Fall jetzt nicht da hoch. Ähm, da hinten. Ja, ja. Läuft uns, meint er her. Das ist aber ganz schön hartnäckig. Okay, wir haben hier keine Wahl. Ja. Boah, das sind ja drei. Äh, zwei. Oh, beruhigen, beruhigen, beruhigen. Ähm. Scheiße. Ähm. Ja, leck mich. Und... Dann mal beruhigen. Ähm. Okay. So. ... ... ... ... ... Aua. Äh, ich weiß. Wiegt grad nicht so gut aus. In your face! Ready when you are. All set? This one's ready. I got this. You? Yep. Zonat! Zonat! That was easy. Naja. Easy ist was anderes. Uh, oh gut. Das ist ein bisschen geheilt. Oh Gott. Trotzdem viel zu wenig. Das ist ein bisschen viel zu wenig. Das ist ein bisschen zu wenig. Das ist ein bisschen zu wenig. Das ist ein bisschen schwarzer. Schwarzer und ein paar Schrauben. Und jetzt? Jetzt ist es einfach schrauben. Oh. Oh, was hast du gerade gemacht? Oh. I did nothing. At all. Then keep on doing nothing. I think the image just got clearer. Okay, I think it's all good to go. Are you ready? None. No. But waiting isn't gonna make things easier. So let's get this out of the way. Irina listening? Uh. Mom? You? Is that you? Uh. Yeah. Me and Kay. Hello. Where are you two? Are you doing okay? Uh. We're on Source. And... Oh no. Did you really make it to Source? Mm. You need to leave right away. The Council has ordered Hornet drones to be sent on your trail. Yeah. We know that. We have, uh, taken care of it. You are completely insane. They started it. It's even worse than I thought. What? What? What is worse? Can you just tell me what's happening? After you disappeared, the Council issued an advisory notice about you. That was a bad idea. People started to imagine things. That you might have managed to fall off the apiary's radar. That you might be starting a new life together in outer space against the decisions of the matchmaker. And? That's pretty accurate. That's the issue. You two have become a symbol. People are talking about following your lead. The Council cannot allow this to happen. And then, there was this signal coming from a supposedly abandoned planet. Listen. You need to come home immediately. I can fix all of this. I complicate Lord Ozius. What? Why Lord Ozius? Because he's furious. What did you expect? I don't understand. Don't tell me that you're not aware. Aware of what? There are a lot of things we weren't aware of. Here's a random one. Source was colonized? Yes. That is another issue. You weren't supposed to see that. See what, exactly? What have you seen? Quit stalling. What happened on Source? Why aren't people aware of what happened in this colony? Why is everything deserted? Okay. Yes, ExaNova has contributed to the settlement of a colony on Source. At the time, I was only Vice President. And no one knows because it happened differently. Rather than integrating the planet to the apiary, they decided to make a sort of an external colony. What does that mean? It means that they only came in to plunder the flow. It's a little more complex than that. Uh-huh. But yes, broadly speaking, that's it. ExaNova had just completed work on a new experimental power plant. Its drill could extract flow directly from the planet's core. Then the flow was condensed to make transport easier. Huh. That seems dangerous. As long as the plant is properly maintained, it's safe. And then? The plant was not properly maintained. After about 30 years, the infrastructure started to age. The President of ExaNova at the time figured that replacing it would be too costly. Well, you saw the end result. The rust? I'm sorry? The rust. That red stuff. It's everywhere. Oh. That. Sure, kind of. But what I meant was the explosion. The capacitor tank started to develop a crack. The flow became unstable, which triggered a chain reaction into the core, and... Did you? Hold on. You precipitated the explosion of an entire planet just for some flow? It's an unfortunate chain of events, which... And the people. The people who lived and worked on Source. What happened to them? Most of them were evacuated, but some weren't so lucky. I would love to give you more details, but you don't have a lot of time. The Council has decided to make an example of you. If they catch you here, there's nothing I can do for you. But if you come back now, I could probably smooth things over. We'll match you up with your respective mates. We'll get you to read a disclaimer letter. We'll make something up. Everything will be back to normal. What if we don't want it to be back to normal? I understand your frustration. I remember my younger years. But you must also think about others in the long run. The matchmaker may not be the best system, but it's the least bad that we've found. Do you want to go back to the days of the Mark? Recreate the inequalities that the elders have worked so hard to erase. You really think you're much happier now? That's great. But your selfishness has already left two other people in the dust. So now, can you imagine if everyone did what you did? There's some room left on Source. And then what? Are you going to plan a self-governing community without a matchmaker? How long until it crumbles into pieces? Until the Mark comes to take it all away? The matchmaker is a guarantee. It ensures what we are building together will not crumble beneath our feet. The promise of a future. Durable. Everlasting. Can you say that you'll hold that promise? Absolutely. We love each other. But you will also love your mates. And they will love you back. Love does not have to be a large fire which consumes everything. You have to build it. You have to keep it alive. Just like the chimney fires and fairy tales which keep us warm in the winter. Isn't that kind of love at least as beautiful as yours? Huh. You. Have you ever in your life had to question the love that your mother and I had for each other? Was it any less than the one that you share? No. But... Love is greater and more complex than you can imagine. Love always finds a way. You will always find a way as well. We'll have to act fast to clean up your mess. Our mess. What about your mess? Who's gonna clean that up? Who will fix source? Source is history. So is the apiary. Come on you. Let's go. No wait. You can't. Ähm, ja doch. Wir können. Okay. Do you mind if we go back to the nest? I'm not really feeling up to... Up to anything. Actually. You know what? You're right. Let's go home. Gut. Ich werde dann jetzt allerdings auch den Part direkt beenden. Und... Wir sehen uns dann einfach direkt hier beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.